Hallo, ich bin der Julian und lerne Maschinenbautechniker bei Pankl. Ich bin im dritten Lehrjahr. Was mir an der Arbeit so gefällt, ich bin aktiv bei der Arbeit dabei. Es ist wichtig, meine Arbeit. Und sie wird auch gelobt. Was ich mache, ich repariere Maschinen, verbessere es. Das Ausbildungsfeld ist umfangreich. Es geht von Drehen über Fräsen, Schleifen über Montagelehre. Was mir an der Arbeit so gefällt, man kann mit den Kollegen über alles reden. Man kann meine eigene Kreativität ausüben. Für mich wäre es nichts, wenn ich im Büro sitze. Mir taugt das, wenn ich anpacken kann. Mir gefällt mir Lehre bei Pankl. Ich sehe meine Zukunft in dieser Firma. Ich würde in Zukunft gerne alle Probleme lösen können.